Werbung und Ernährung. Ein komplexer Zusammenhang. Galt früher noch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, werden wir heute alltäglich mit einer Informationsflut überrollt. Besonders Lebensmittel werden auf raffinierte Weise beworben. Dabei wird uns auch das ein oder andere falsche Versprechen schmackhaft gemacht. Um die Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren, thematisieren wir unter anderem das AIDA-Modell und Farbenwirkungen. Das Gelehrte kann dann beim Erstellen eigener Werbung angewendet werden.